Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankriegung. Ja, nachdem es ja am Wochenende, sprich diesen Samstag, voraussichtlich keinen Stream geben wird, dachte ich mir, da gibt es einen kleinen Satz, und zwar morgen Abend, pünktlich zum 1. Mai, spiele ich da nämlich Project Zomboid wieder auf unserem Community-Server, denn da kämpfen wir ja noch immer fleißig ums Überleben und deswegen schadet es da überhaupt gar nicht. Wenn wir da mal wieder reinschauen, ich werde natürlich auch wieder kräftig unterstützt, ganz klar, und da freue ich mich auch schon drauf, aber wichtige Info an der Stelle, morgen geht es dafür schon um 19 Uhr los, also nicht erst um 20 Uhr, sondern schon um 19 Uhr, sprich, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann eine Stunde früher einschalten, und jetzt wünsche ich euch an der Stelle erstmal, ja, einen schönen Feierabend, kommt gut rein, und dann morgen natürlich einen schönen 1. Mai und hoffentlich bis abends. Macht's gut, bis dahin. Servus.